Hey Leute, was geht? Hier ist wieder der Dieb Yoshi mit einem brandneuen Part von Mario Kart, der im letzten Part haben wir mit Bowser den Stern Cup erfolgreich abgeschlossen und jetzt kümmern wir uns um den Spezial Cup, vor dem ich schon ziemlich Angst habe, aber wir werden es diesmal mit Yoshi bestimmt hinkriegen. Er enttäuscht uns nicht nochmal, ich hoffe es zumindest nicht, dass es diesmal dann hinkriegt in der Wario Arena. Okay, da sind wir meistens immer Erster geworden. Drei, zwei, eins, yay! So, okay, kommen wir gleich mal weiter. Boah, gleich schon richtig einen Twift gekriegt und nicht habe ich falsch getwiftet. Oh mein Gott, ich bin so scheiße. Ich kann nicht mehr sagen. Okay, Stern. So, einmal geradeaus und alles wegkommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist total schlecht heute. Was hast du gemacht? Das ist total anderer. Oh mein Gott. Wie kannst du es machen? So ein schlechter Commentary hat sie nie passiert. Der Abo war runter. Mein Gott. Okay. Hör mir mal auf mit dem Scheiß. Okay. Das habe ich gebraucht gerade. Okay. Und das brauchst du anscheinend auch. So. Oh, warte. Geh weg mit dem Ding. Geh weg mit dem Schilzeln. Mal Panzern, whatever. So. Driften. Und wieder nach vorne. Okay. Mit Drift kommen wir jetzt relativ sicher nach vorne. Und ich schieße einfach nach vorne. Und ich schieße einfach nach vorne. Und scheiß drauf. Der hat mich sowieso jetzt nicht gezogen. Das ist so. Oh mein Gott, ich schieße einfach nach vorne. Der Ola Molle. Warte mal hier. Stumm zu fahren. Oh Gott. Oh ich bin so schlecht in die Hüge wie ich bald reingefangen. Oh. Tja, was. Boom. Okay. Anscheinend hat jemand was vor. Stang gegangen, ist das geschnitten. Oh mein Gott, sonst kommt jetzt schon wieder das, okay, Gerechtigkeit hier, weee, ah, oh mein Gott, ich bin so schlecht, ich bin Erster, oh mein Gott, ich bin so schlecht, wie kann ich jetzt sagen, ich bin so schlecht, okay, oh Gott, ich bin so schlecht, ich seh nix mehr, ich laufe damit. Nein, das machst du diesmal nicht, oh, na, hier, roter Panzer, los, trifft dich, trifft ihn, und gehen aufs Weg, oder, naja, kann mich selbst, du hast mir ein Item geklaut, ich kann es jetzt ner Wagen, Mein Bowser bleibt hinten, oh, dritter Platz, das ist ja super gelaufen, wow, dritter Platz, und Donkey Kong und Waluigi machen echt extrem Glück, gut, und ich hoffe, ich, Ich hab immer noch Angst, ich hab immer noch Angst vor der Strecke, ja, mein Gott. Das war letztens nur so ne Katastrophe. Extrem sogar. Au. Ups. Fail. Entschuldigung. Ich bin grad ein bisschen fail, 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 jetzt mal lass mich. Will fail. Extrem sogar. Okay. Was stand, soll ich aufm achten Platz? Okay. Ach ja, Mann. Wir wissen, dass ich komisch weiss, die Zerstrecke ist so extrem. In anderen Strecken hab ich das eigentlich relativ gute Mittwoch. War hier. Ah, perfekt. Oh, Mann. Der Blitz kam genau dann, als ich ihn gebraucht hab. Oh, Mann. Lass mich mal aufhören, so scheiße zu fahren haben. Kann ich echt machen. Hey. Komisch. Oh, ich fall grad wieder so. Ich weiß auch nicht, was grad hier los ist. Extrem komisches Ding. Äh, ja. Ich sagte ehrlich so. Ich fall grad total scheiße. Und ich weiß auch nicht warum. Mein Pilz. Ich mach mal weg. Einfach lösen. So, okay. Okay. Ignorieren wir das mal gekonnt. Okay. Wir fahren einfach hier den Stift durch, ne? Okay. Okay. Ignorieren wir das mal gekonnt. Okay. Wir fahren einfach hier den Stift durch, ne? Obwohl ich es eher... Okay. Ich bin zurück. Okay, fürs Item. So. Ganz sicher ein Ziffer. Ich klicke einfach mir was ab. Und fahren hier als erstes. Yay! Oh mein Gott, hab ich so viel Luck gehabt. Das geht ja immer gar nicht klar. Oh, cool. Erster Platz. Yay! Und Donkey Kong ist auf das dritten. So. Bowser's Festung. Yay! Oh mein Gott. Das ist ein Abkirzen. Drei. Zwei. Eins. Los geht's. Oh mein Gott. Bowser's Festung. Oh mein Gott. Autsch. Aber was ist denn eigentlich... Jetzt wird's gelost. Also strecken konnte ich das alles. Oh. Nein! Ups. Wo die Gauung. so Ich hab hier 3 schöne Panzer vor euch freut euch drauf und für dich hab ich auch noch einen ah, Gott nein man, ich muss echt mal aufpassen wooo ich hinfahre Oh, ich habe was getroffen, cool. Ich bin so gut, yay. So, ich will noch ein paar Bananen ablegen. Und aber schön weiterfahren. So. Einfach stumpf gegen alles fahren, was sich hier bewegt. So, drei hier draufbleiben, draufbleiben, habe ich gesagt. So, perfekt. So, jetzt geht es gleich wieder. Scheiße auf die Panzer. Ich nehme lieber die drei Bananen. Diese mir lieber. Gerade. Oh. Ups. Nein, Banane, nie sollst du mich verlassen. Warum? Ich kann es zwar nicht einfach zu verlassen. Okay. Ich kriege das schon irgendwie hin. So. Und nur drei Panzer. Alles aus. Danke. Ich nehme schon die Abkürzung. Ich brauche doch nicht mal einen Pilz für, für die hier Abkürzung. Ich freue mich, einen Pilz wäre es sogar einfacher. Ich kriege das schon irgendwie hin. Ah, cool. So ist das jetzt sofort weg. Ah, cool. Ich habe gerade mit meiner Panzer, dem Panzer da auf der Strecke gewonnen. Yay. Aber ich frage mich eigentlich, wo sind denn eigentlich die blauen Panzer? Erscheinend dieses Rennen keine. Wow. Heute mal sausozial. Muss ich schon zugeben. Extrem sozial. So. Ich muss mindestens dritter werden in dieser Strecke. In der Hauststrecke. Oh mein Gott. Ich habe schon keinen Bock mehr. Lalalalalala. 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 Oh mein Gott. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Okay. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Versuchen hier ein bisschen was zu reißen. Oh hier. Dritter Platz. Dauerfahrzeug perfekt. Dauerfahrzeug perfekt. Oh. Tschüss. Tschüss. Wow. Mein Gott. Ausblick. Sehr. Bisschen konzentrieren. Was macht der Panzer da eigentlich? What the fuck. Ja. Bowser mit. Ah. Jeder. Bowser. Okay. Konzentrieren. Konzentriert bleiben. Ich schaff das schon. Easy. Dann kommt der nächste blaue Panzer. Perfekt für uns. Tschüss ihr beiden. Ich bin erster. Wow. Wenn wir das sogar schaffen hier auf den ersten Platz zu kommen. Wow. Da bin ich sehr gut. Ach Gott. Nicht mal. Okay. Anscheinend. Da ja in der letzten Strecke nicht so viele blauen Panzer kommen. Hier ist auch viele. Ups. Entschuldigung. Tut mir aber leid. Nein. Geh weg. Geh weg. Bleib weg. Bleib weg. Bleib einfach weg. Nein. Das machst du jetzt nicht. Geh weg. Geh weg mit den Bananen. Geh weg einfach. Geh einfach weg. Bleib weg von mir. Ich hab Bananen. Ich werd sie auch einsetzen. Was das sein muss. So. Okay. Ich hab sie eingesetzt. Du wolltest es nicht hören. Ich hab schuld. Okay. Jetzt müssen wir es irgendwie noch schaffen diese letzte Runde zu überleben. Ich schaff das schon. Einfach. Ihr Schildziel. Alles ausweichen. Ich schaff das. Ja. Ich schaffe es. Yay. Wow. Wow. Das war ein Attentat. Richtig. Tschüss. Bombe. Ups. Ich schaff das immer wieder. Okay. Jetzt noch konzentriert bleiben. Es wird mich jetzt nicht mehr verarschen. Loll. Bitte. Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mit einem Punkt! Wow, gerade noch geschafft. Alles lief gut, nur die letzte Kurve. Heute bin ich echt im Herz verarschen. Yay, E-Platz! Wuhu! Und Rob ist jetzt im... What Rob? Cool. Ein neuer Fahrer, yay! Und wir sehen uns im nächsten Podcast vom MarioCutDES mit euren DidiPyoshi. Also bis dann, tschau!